und immer daran denken spritze geben pflicht zur gesunderhaltung jawohl und erdrücken genau er für radieren ja das vergesse ich doch bestimmt wieder ach da hinten ist ja schon so blau blau blüht der nc an der waschereufel hat sich noch gar nicht sehen lassen ja sagt das nicht zu hier ist auch munition falls du brauchst einen einzigen schuss abgegeben naja man weiß ja nicht manchmal fängt man ja ganz lahm an ist einfach auf den rücken obwohl ich schieße hier anfangen bis wo damit sich so lohnt hat er ich kräfte nichts das gut dass ich schieße das ist ja unser freund der uns ordentlich punkte bringt immer den abgeschossen haben dann können wir auch munition sammelt das stimmt wo ist er denn jetzt kommt er daraus das ist schön wo das wasser brennt das finde ich auch faszinierend und ich habe wieder vergessen er zu drücken ist ja tot ich glaube er schläft na ja ja da liegt da dann können wir jetzt ja munition nehmen auf jeden fall sehr schön eine kleine loot box hier wird schon wieder überall rum geballert ja das finde ich gar nicht gut und das wo es fast schon wochenende ist die rohestörung wir werden wahrscheinlich wieder auf die besten der besten treffen genau ballern nach 18 uhr ich habe echt den eindruck wenn ich mal ein paar wir haben schon gefunden den menschen der ist auch hin hier der engel der sieht ja geil aus ne das stimmt schon noch nicht gesehen also ab und zu findet man ja noch mal was was man noch nicht gesehen hat ja das stimmt allerdings der ist ja hier draußen was ist ja mal neu dann können wir ja gar nicht abbauen das ist ja mal richtig geil nicht super ist viel platz jetzt hat er sich geteilt ja jetzt habe ich auch gesehen ich habe ihn mal angebrutzelt kurz hier hallo moichler ich bin auch noch da hat mich doch ein bisschen erwischt was sind jetzt sind keine ahnung aber hier gibt es dafür hier ist er das problem was wir jetzt natürlich hier haben wenn hier gegner kommen sind weiß der marsch oder wir können uns besser bewegen hier ich höre sogar welche schon wir haben ihn schon viel platz ich habe eine menge munition aber das ist gut überall alter das ist auch also sie können ja wirklich aus allen ecken und richtungen kommen ja das ist ein bisschen blöd vielleicht können wir uns auch irgendwo draußen hinstellen ich weiß es nicht ja das wäre auch eine maßnahme so tun als wären wir das gar nicht gewesen ja aber das ist auch scheiße und ich bin jetzt hier unten ich bin jetzt hier unten auch lieber hier verschanze ich stelle mich einfach hier rein wäre gut wenn einer nach links guckt und einer nach rechts oder ja dann gucke ich mal nach da guck hinter dir quasi sollte da wer kommen weil wir haben nämlich links eine treppe und rechts der treppe ja ich hoffe du stehst nicht zu doll in sichtweite der treppe falls die runter kommen bevor ich die sehe dass sie dich abknallen ja links könnte es knapp werden rechts wäre ich glaube ich gehe hier lieber rein genau genau das ist besser weil wenn dann schuss fällt kann ich mich immer noch irgendwie bewegen oder so ja 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 okay alter das ist ja mal da muss ich erstmal einen schluck alkoholfreies bier trinken ja mhm wie es prickelt oh ich habe einen guten Fenchel-Aniskuma-Tee oh das ist auch gut mhm Tee hat mir auch die letzten Tage echt geholfen Hau mal nach Norden oder nach Süden ab nach Norden oder ja Norden ist glaube ich ja Norden falls es soweit kommt mhm Könnt sich jetzt oben hinstellen Bist du gelaufen? ja ok oh nein aber in der Nähe ja also sie könnten sich oben hinstellen warten bis wir die Trophäen ansammeln von oben und niederballern ja das stimmt kommen sie sie kommen von meiner Seite einen habe ich erwischt aber der hat mich auch richtig gut erwischt den habe ich erwischt ah sehr gut hier drin ist er jetzt ist er draußen er hat mich gut erwischt er hat mich gut erwischt wieder wo ist er denn? wo ist er denn? kommt der jetzt hier rein der Sack? ich weiß es nicht ich sehe ihn nicht hier ist er ja da habe ich es doch gedacht irgendwas habe ich doch gehört auf den gar nicht ich habe ihn ja er hat mich aber auch getroffen ich bin auch platt jetzt reicht es was ist denn das? ich habe so oft auf den geschossen ah jetzt ist er weg hey danke gut ich belebe dich mal wieder schnell jo danke alter das war knapp ich habe den auch getroffen aber irgendwie spritze es gut dass ich nicht gleich beim ersten Schuss sterbe ja so ich habe Trophäe eingesammelt super ich sammle auch ich habe auch ok dann können wir abhauen ne? so in den Norden müssen wir nach da ne? ja so hier lang oh nein ich höre noch wen hm ja oben auf der Brücke muss hier sein laut meinem Sichtfeld jetzt ah scheiß bin tot wo? äh oben oben einer Treppe war der und zwar hm ach ja ich kann ja gleich gucken hm oh ich höre ihn vor jo da ist er hier bin ich natürlich richtig beschissen ne? oh na gut alter übel ne? ja so geht es mir auch mal bis wir reagieren ey ja aber schöne erste Runde ja die war echt gut das ist gut das ist gut ja das ist gut da ist ja